was gab ich muss leise reden sonst hört ihr nichts mit dabei sollte ja hallo und wir spielen nimrod sagt ja ich werde es komplett bereuen kann ich das in die hand hier ja kann ich weiß ja das mache ich natürlich von selbst aber wenn er nicht am anfang nimrod sagt sagt dann darf ich es nicht machen aber etwas darfst du nicht sagen die karte die musik behalten so du kannst einfach plötzlich sagen wenn ich etwas gekauftet habe also war ein haus warte ich bin noch das haus am bau das ist ein haus ok ein punkt für dich wir werden nachher noch schauen was passiert ja ich schreibe es noch irgendwie auf ich hole mal steine vor allem ich laufe in die falsche richtung die karte zeigt hier nach hinten das nervt ok dort muss keine steine erzeugt die karte wieder hin nimrod sagt bau 10 10 holzklötze ab wow natürlich bin ich oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott stirb stirb und wie komme ich jetzt wieder hier rauf 10 mal holz soll ich abbauen ja 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal nein erst 5 mal 5 mal 5 mal 6 mal 6 mal 6 mal 7 mal 8 mal 9 mal und 10 mal so ich will steine die waren hier unten nimrod sagt kill jemanden dort hat's eisen dort hat's eisen das buch so ich baue jetzt noch die steine ab und dann nehme ich mein eisen mit so ich baue jetzt noch die steine ab und dann nehme ich mein eisen mit geh wieder rauf 3 die sind hier k k k k Oh, Kohle brauche ich auch noch. Beende das Video. Wenn mindestens acht Minuten vorbei, äh, neun Minuten vorbei sind, dann darfst du auch das mit Nimrodsack sagen. Nimrodsack, beende das Video. Geh weg. Mann. Musst du überlegen. Ja, ich geh wieder. Wenn du kein Leben hast, äh, esse etwas. Hä? Wenn du jetzt nur fünf Leben hast, dann musst du was essen. Okay, woher bin ich denn gekommen? Hä? Hier ist alles zu. Ich grab mich nach oben. Mach die Zähne voll, weg. Droppen? Ja. Darf ich zuerst nach oben gehen? Okay. Vor allem, weil ich dann das nicht mache, weil du nicht gesagt hast, Nimrodsack? Hä, wo ist denn der Höhleneingang? Hä? Hä, ja, du... Droppen, zack, such, ne, Kuh. Oh, Mist, ich durfte sie nicht finden, ich musste sie suchen. Ja? Soll ich ihn noch einen Punkt holen? Nein, nein. Darf ich falsch tun? Oh, Mann. Ja, dann mach halt. Ähm... Warte mal, wenn ich dieses Teil hier esse, dann bin ich vergiftet, okay? Das war nur noch schnell zu sagen. Ja. Ähm... Nimmrodsack, äh, nimm die Brille hier rauf. Die goldene Brille. Oh, Mann, jetzt ist das ja noch dunkler, ich seh gar nix. Ja, doch hier im Rieber. Mö, nö, äh, äh, wo ist ja, wo ist er, wo ist er? Ich seh doch nix. Hier unten ist es dunkel, und mit der Brille ist es noch dunkler. Darf ich sie wieder abnehmen? Ne, mir dort sagt, schau das Bild an. Welches? Das Fotobild. Fünf Sekunden lang. Fünf Sekunden, so. Darf ich die Brille wieder abnehmen? Ja. Was musst du zuerst noch sagen, dass ich es machen darf? Nimrod sagt... Aber doch, wie viele Zombies sind denn weg? Nimrod hat Kills, ich versuche es abnehmen. Ja, shit. Ich muss nochmal dorthin. Hä, wo war das? Hier hinten. Nimrod sagt, geh auf die Bergspitze. Auf welche Bergspitze? Also da oben nicht. Hier. Dann wieder runter, wenn du es geschafft hast. Jetzt wieder runter. So, jetzt kommen diese Zombies aber dran. Such dir eine Spinne. Nimrod sagt, gib nicht das Beste. Das Spiel ist gut, aber nicht dein Beste. Ich habe noch vorher eine gesehen. Ich will mein Stuff wiederhaben und der liegt dort unten bei den Zombies. Gesundheit. Danke. Nimrod sagt, Gesundheit. Gesundheit. Nimrod sagt, Gesundheit. Ich habe mich wieder komplett verlaufen, Alter. Hier hinten. Muss ich immer noch die Blumen haben? Ah, nein, du hast nicht Nimrod sagt, ja gesagt. Ah, ho, 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 ho. Ha, ein Punkt für mich. Komm schon. Ich habe es noch gemerkt. Doch, ein Punkt für mich. Schreibe es auf. Schreibe es auf. Okay. So, der letzte Zombie. Schreibe es auf. Nein, noch zwei, noch drei, Alter. Ja, chill, Alter. Ich bin jung. Nimrod sagt, ähm, 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 wie, was? Schastet die Lampe ab und dann hat er wieder an. Welche, das Licht? Ja. So. Jetzt will ich aber mal hier etwas schaffen. Butterfly, komm schon. Kill jemanden. Kill jemanden nicht. Nimm uns halt kill jemanden. Ja. So, hier oben liegt, glaube ich, noch mein Stuff irgendwo. Oder ist der schon diesboll? Nein, hier liegt das ganze Zeug. Such dir Knochen. Knochen. Hier. Okay. Ja. Mit dem hättest du jetzt nicht gerechnet. Okay. Oh nein, fuck, du bekommst einen Punkt. Oh. Scheiße, Alter. Was war das gerade? Äh, 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 äh. Zehn Minuten haben mir geknackt. Leute, das war mit dem Video. Ich hoffe, es habe euch gefallen. Wenn ihr das ein Like und Abo da, würde mich riesig freuen. Willst du noch was sagen? Hallo. Willst du noch was sonst sagen? Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lass ein Like und Abo da. Und, äh, die Block aktivieren. Vielen Dank.